ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zurück zu letztlich willkommen zurück zu let's play es jetzt in screed 2 brotherhood was war das denn guckt euch an wie sie sich freuen guckt euch an wie sie sich freuen so und zwar ich möchte gerne eine kleine vorrede halten ich habe in den letzten tagen mein windows drauf gezogen und es gab probleme mit meinem obs und meinem elgato die beiden haben zusammen nicht mehr funktioniert im endeffekt habe ich den game ready driver von nvidia installiert weshalb auch immer konnte dann erst meine mainboard mein elgato wirklich erkennen obwohl es vorher auch schon funktionierte jedenfalls fast nur halt dass mein obs jedes mal irgendwie eingefroren ist so jetzt habe ich gerade ein paar aufnahmetests gemacht und habe festgestellt dass ich assassin's creed auf 60 fps aufnehmen muss obwohl assassin's creed nur auf 30 fps läuft 720p 30 fps läuft assassin's creed 2 und ich nehme auf 1080p und 60 fps auf einfach nur weil es anders nicht geht ich wollte ich durch mit dem schlagen jedenfalls nicht dass ihr euch wundert dass ihr die 60 fps einstellungen habt und 60 fps aber nicht gehen also nicht eigentlich nicht da sind echt jetzt sie findet einen anderen tut mir übrigens leid falls ich mich komisch anhöre oder so wie gesagt alles neu installiert alles frisch alles easy und ich muss mich erst mal wieder an die steuerung gewöhnen komm alter geht auch so mit euren eigenen waffen geschlagen und bämm ja wir sind dabei einer meiner lieblingsquests und vor allem ist mein sound zu laut oh stille so wir verfolgen eine kortisane wie sie uns zu irgendwelchen freiern bringt die sie anscheinend vergewaltigt haben ja soll es geben so jetzt hopp oder ich verprügel hier noch weitere leute madame würden sie ach gott es ist der ich weiß es ich sehe es doch er sieht schon so fies aus ich habe so ein bisschen die ein dezentes gefühl dass ich hier nicht hätte zusammenschlagen dürfen also nicht töten er hat ja auch nicht stopp gesagt ich schlage immer drauf ein bis einer stopp sagt mache ich auch immer so man soll ich jetzt den ganzen weg nochmal ablatschen ich mache den scheiß nicht Freunde ich mache den scheiß nicht nein nein das können die vergessen ich gehe raus und lese unsere e-mails durch fertig ist ich habe da echt ich habe da echt keinen bock drauf ich schleichte dieser kortisane hinterher nur um irgendwelche leute zu verprügeln die sie glaubt irgendwie dass das die sie gedingstert haben was weiß ich wir gehen jetzt schön zurück lesen unsere e-mails durch und dann ziehen wir einfach straight durch andere quest das sowieso nur so billiger nebenquest mache ich privat dankeschön redest nicht so gern oder wir sprechen später nein ich muss e-mails lesen ihr habt mir nicht umsonst dieses ausrufezeichen da gelassen so das mit miles oh ich habe ein bisschen schluck auf so gelöscht das war der mp3 player achtet darauf im verteiler zu bleiben bla bla ich kann mich nicht erinnern die gelöscht zu haben aber gut essen ich hole mir im café in der stadt was zu essen soll ich was mitbringen ach da wohnen da wohnen leute in der stadt rebecca gott mich das schon an see mit der 3 ne oh wird mir ganz schlecht wochenplan ja schön schön für deinen wochenplan rebecca so gelöscht ich habe es gehört wir können unser ziel erreichen ich weiß schrecklich und ich hasse es aber es muss sein trotzdem danke lucy was hat sie gehört aha es mint ach so klar die schreie nachts ausgang essen äh den leckeren äh pastatella hätte ich gerne danke es ps ich habe keine euros danke im voraus was soll das mein nachtschränkchen ok wochenplan ja danke fürs abgeben wo war er im nachtschränkchen so 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 ok herr schon äh heiß dings was hast du für mich wochenplan äh essen das ist der eingang ne beim ausgang hatten wir joghurt äh extrablatt rebecca ist ein tempel ok antwort joghurt lucy ich bin ziemlich enttäuscht dass du solche anschuldigungen gegen mein team äußerst ach nichts für dich danke fürs abgeben ich will einen kaffee was zu essen gut auch nichts neues lucy wohl das interessanteste subjekt hier in unserer gegend und sie bekommt keine e-mails das arme mädchen hat keine freunde hallo achso animus ich hab's gehört na gut auch nichts neues ich bin auch enttäuscht ich bin wie alle hier enttäuscht dass da wirklich keine richtig guten e-mails dabei waren nichts interessantes jedenfalls da war irgendwie nur so ein schnickschnack dabei und höchstwahrscheinlich ist da gleich trotzdem ein ausrufezeichen weil ist so startklar so wir brechen jetzt die quest ab oder ich schlag die trolle erstmal vorher zusammen und dann schlag dann brech ich die quest ab vielleicht kommt sie zu vernunft huch war ich schon vorher schwarz hatte ich nicht weiße kleidung an das muss ich recherchieren indem ich die folge gleich nochmal angucke naja jedenfalls ich hab keinen back auf diese cortisan quest die hat mir beim letzten mal schon genug genervt als ich da versagt habe nö erinnerung abbrechen leck mich nö mach ich nicht mit ich scheiß drauf wenn die freiheitlich zusammengeschlagen haben hast du selber schuld hätte es dir keine cortisane werden sollen bam die geben so läuft das nämlich ich will einfach nur weitermachen ohne diese quest so und zwar wollten wir richtung wo wollten wir hin gute frage nächste frage ah da wollten wir hin ja auf dem weg gibt es noch einen turm ich denke mal den holen wir noch denn es kann auf jeden fall nicht schaden wenn man ein bisschen die karte aufgedeckt hat gut besagter turm befindet sich bestimmt nicht hier ätzio bestimmt nicht wir nehmen dafür das bötchen und oder springen daneben so und paddeln rüber das linken das linken das linken ist ein bisschen asozial oh gott ich raue es ok funktioniert alles geplant ich will einfach nur hier rüber bitte lass mich einfach nur hier rüber so ist klar wird sich noch jemand verarscht jetzt komme ich hier bestimmt nicht hoch ne sollst hochklettern jetzt und ich glaube ich muss einmal kurz niesen gut hätten wir euch das boot genommen wären wir übrigens schon längst da gewesen indem wir einfach mal zu fuß da hingegangen wären ja warum bist du so scheiße dafür muss ich erst mal den bettler haben hier muss mit wutern irgendjemand rauslassen was bist du überhaupt bist du so ein händler ach so maskenhändler ja aus dem weg ach das ist da wo wir schon mal waren ne das kriegen wir easy hin so na wir interessieren uns mal heute mich für die wachen wobei den nehme ich mal mit man muss mitnehmen was geht was soll denn der turm sein ah ich erinnere mich an diesen ort dann werden wir später nochmal herkommen okay war geplant ja alles andere was ich hier mache definitiv das gebäude da hinten ja eigentlich mache ich das hier gerade umsonst weil wir kommen ja sowieso questbedingt her und es ist eine lustige quest also das kann ich euch schon mal sagen so aber was soll's jetzt sind wir schon mal hier dann nehmen wir das ding auch mit nächstes mal auch gar nicht ewig gedauert 999 und wenn ich jetzt hier nicht hochkomme dann kotze ich richtig ab ne es geht es geht gibt ja immer noch türme wo wir nur mit dem doppelsprung hochkommen aber ich hoffe die kommen erst zu einem späteren zeitpunkt wobei dieser ort tatsächlich ein späterer zeitpunkt eigentlich ist was diese epische spannende musik soll ich weiß es nicht ich habe aber ein bisschen gefühl dass ich die ganze zeit übersteuere deswegen drehe ich einmal kurz an meinem rädchen dann wollen wir endlich mal die main quest weitermachen oder gibt es noch irgendwas was wir machen wollten wir wollten ah scheiße wir wollten zwei glyphen finden ja jetzt finde ich die erst recht nicht ich bin jetzt schon so aus dem spiel draußen nach den paar tagen dies ist gar nicht mehr mehr schön gar nicht mal mehr schön ich bin froh ich nicht halt aus dem weg wenn jetzt weg so wir müssen als nächstes ich dachte schon wir müssen wieder so eine burg fertig machen wir sollten übrigens auch viel viel mehr gebäude kaufen ich merke einfach dass ich keine gebäude finde dass ich irgendwie entweder laufe ich an dem vorbei oder ich weiß auch nicht wie ich den penner erstmal k.o. geschlagen habe fast und dann sagt er das was hier bei ihnen droht das sage ich auch immer wenn man mich schlägt so ein laden mehr und das kommen wir auch noch vielleicht schauen wir mal beim schneider vorbei um unsere standardrüstung wieder anzuziehen weil irgendwie seltsamerweise kriegen wir die drachenrüstung nicht mehr weg muss man nicht verstehen ne oh munitionsbeutel wäre auch nicht schlecht schwere schwertschneide ja ok achso damit ich die tragen kann ah ich verstehe ich kann mir den kleider gar nicht färben merke ich gerade und ich merke gerade dass ich mir all mein geld ausgegeben habe yeah kleider färben doch oh nette farben sehr nette farben ich nehme mal zuerst das hier gegenstände verkaufen kann ich auch aber will ich gar nicht umhang färben ja dann müssen wir nicht so wir kriegen die drachenrüstung nicht mehr weg ist bestimmt ungünstig aber gut egal zumindest sind wir jetzt hier ich will meine doppelklinge zurück ätzio wo ist machiavelli ich konnte ihn nicht finden ich brachte die contessa hierher katerina würdet ihr uns verraten wo ihr wart ich suchte nach ätzio was ist mit cesare und rodrigo cesare ritt davon bevor ich ihm nahe kam und rodrigo war überhaupt nicht dort merkwürdig rodrigo ist meistens im castello wirklich seltsam welch verschwendung nichts für ungut schon gut wenn cesare in urbino ist müssen wir unsere truppen sammeln ich dachte wir wollten sofort zuschlagen unmöglich cesare kommandiert ein großes herrn der romania ihr kämmt nie an ihn ran ich sage wir arbeiten hier in roma wir mindern borgias einfluss und steigern den unseren und jawohl ich möchte sofort beginnen wolpe holt claudia und bartolomeo her machiavelli trefft mich draußen kümmert euch um sie nice seht die borgia rauben dem volk alles um ihre macht zu erhalten was wollt ihr jetzt tun wir gewinnen ihn für unsere sache ihr beliebt zu scherzen um zu siegen machiavelli brauchen wir treue soldaten wenn wir staatsfeinde rekrutieren bewaffnen wir jene die von den bordia entwaffnet wurden dann geht rekrutiert die ersten novizen mann des volkes mit zwei bürgern roms gegen die unterdrückung durch die borgia kämpfen und für die assassinen gilde rekrutieren mist was war der zusatz äh nicht mehr als 5 kronen ach pff easy jetzt sind wir hier doch mit links da mit euch fange ich an bärm und nur ein beispiel und das mach ich mit den anderen auch nur damit die schon mal bescheid wissen so zack na komm ich muss nur einen haben der zuschlägt und dann sind die anderen weg die befreiung roms hat begonnen ihr kämpft mit guten absichten erlaubt dass ich mich anschließe ja hast du hier nicht rekrutiert jetzt fängt langsam mal das spiel an tja so ist das gehen sie einem weiteren bürger bei aber wo ist denn dieser weitere bürger äh mal so gesagt ja hier sind überall welche da gehen wir doch glatt mal hin äh man kann hier in assassin's creed brotherhood das heißt ja nicht umsonst brotherhood äh gilden rekrutieren also du kannst eine eigene gilde gründen und mit der kannst du aufträge machen ich glaube das wurde sogar in assassin's creed 3 sogar auch mal übernommen weiß ich gar nicht mehr äh werden wir ja da noch sehen und kannst du aufträge abschließen mit denen geld gewinnen äh allerdings musst du dann auch deine eigenen basen verteidigen was ich nie so wirklich mochte oh gott sorry dich wollte ich nicht was ich bin doch hier hä oben auf dem dach ah ich seh schon ja zwillinge jetzt gedacht die befreiung holmes hat begonnen ich atme noch und das verdanke ich euch meine kampfkraft gehört euch wenn ihr werdet ja einer mehr mann des volkes hundertprozentig grob bam ach ich bin hier bei mir zuhause angelangt ist ja cool ah bin auch hier zuhause oder ich glaube ich habe die das ist die kampf eine neue potenzielle assassin wurde angeworben annett barbary ist die assassin Assessin-Signal wurde verliehen. Oh, ein neues Assessin-Signal wird jeweils für den ersten, den vierten und den sechsten Rekrut der Assessin-Gilde verliehen. Das heißt, ich kann sie ab und zu rufen. Und dann helfen sie mir. Es sei denn, sie sind bei Aufträgen unterwegs, wo ich sie jetzt hinschicken werde, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Ein Bankier-Eliminier. So, da kann ich jetzt die beiden auswählen und es steht da zu 100%. Sollte da zu 50% stehen oder 70%, kann ich noch einen zweiten dazu schicken. So, muss ich aber nicht. Einer reicht, weil die teilen sich auch die EP, ihr seht. Die erste kriegt jetzt 11 EP, jetzt kriegen sie plötzlich nur 6 EP. So, ich möchte euch gerne wieder zurücknehmen. So. Die Assessin können off-leveln ohne Ende, wie gesagt. Ja. So läuft das Ganze ab. Wir starten einfach mal die Mission. 100%-Erfolgsquote. Sollte es mal bei 90%, 80%, 70% oder was ich losgehen. Und wir fehlschlagen, ich glaube, dann stirbt die Person oder es verletzt eins von beiden. Hier haben wir zum Beispiel jetzt 50%, weil die Schwierigkeit zwei Punkte ist. Bei zwei Sterne besser gesagt. Und deswegen gucken wir einfach mal weiter. Ja. Nur noch alles heftig, ne? Und dann haben wir auch eine Uhrzeit. Dann haben wir eine übrige Zeit. Dauert acht Minuten, dauert acht Minuten, echt, echte Zeit acht Minuten. Wir können überall Quests machen, wo wir wollen. Auch in Köln. Schulgeld. Aber das ist noch ein bisschen zu schwierig. Weil die müssen extra nach Köln fliegen. Wie es natürlich nicht einfach ist. So, wenn wir einen Rekruten finden, der irgendwo in der Nähe ist und Hilfe braucht, dann machen wir ihn. Wenn nicht, dann halt nicht. So sehe ich das. Wir müssen uns hier zu nichts zwingen, ne? Ich meine, früher oder später muss ich sowieso die ganzen Federn und so ein Kram sammeln. Von daher, mach ich's dann spätestens alles. Aber gut, laufen wir erstmal zur nächsten Quest. Obwohl die Zeit fast abgelaufen ist, ne? Ich würd sagen, dann sehen wir uns einfach morgen bei der nächsten LeQuest. Äh, die sich da befindet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.